Das wichtigste Nahrungsmittel für Pflanzen ist Stickstoff. Allerdings kann keine Pflanze den Stickstoff einfach einatmen. Der Stickstoff in der Luft muss erst einmal fixiert, also für Pflanzen verfügbar gemacht werden. Das leistet zur Zeit zu einem großen Teil die chemische Industrie. Das aufwendige Haber-Bosch-Verfahren ermöglicht unter hohem Druck und hohen Temperaturen Stickstoff aus der Luft so umzuwandeln, dass man Stickstoffdünger daraus machen kann. An der Universität Freiburg wird nach einem einfacheren Weg gesucht. Es geht um einen natürlichen Mechanismus, mit dessen Hilfe sich Pflanzen einmal ohne Haber-Bosch-Verfahren selbst aus der Luft mit Stickstoff versorgen können. Wir arbeiten hier im Labor an der biologischen Variante dieses Haber-Bosch-Verfahrens. Diese biologische Variante wird eigentlich in der Umwelt nur von einem einzigen Enzym geleistet. Dieses Enzym ist die Nitrogenase, die genau diese Reaktion katalysiert, die dafür aber nicht hohe Temperaturen und hohe Drücke braucht, sondern die von kleinen Bakterien geleistet werden kann. Allerdings ist es im Lauf der Evolution niemals passiert, dass diese Fähigkeit von höheren Organismen übernommen wurde. Das heißt, wir alle, in erster Linie die Pflanzen und dann die, die die Pflanzen essen, sind vollständig davon abhängig, dass diese Mikroorganismen für uns diesen Stickstoff fixieren. Nitrogenase hilft also, den Stickstoff aus der Luft zu fixieren und für Pflanzen verwertbar zu machen. Ein weiteres wichtiges Enzym trägt dann dazu bei, dass das schädliche Abbauprodukt und Treibhausgas-D-Stickstoffmonoxid wieder in normalen Stickstoff zurückverwandelt wird. Diese Vorgänge im Labor nachzuvollziehen, ist doch nicht gelungen. Das Problem an den beiden Enzymen, sowohl dem, dass aus Stickstoff aus der Luft die bioverfügbare Variante Ammoniak macht, als auch an dem, dass dieses gefährliche D-Stickstoffmonoxid reduziert und wieder zurückbringt zu Stickstoff, ist, dass sie relativ kompliziert sind. Das sind Enzyme, die von Metallen abhängig sind, von Kupfer und Eisen, und die selbst eine sehr komplexe Maschine brauchen, die diese Enzyme herstellt. Die Funktionsweise des Schlüsselenzyms Nitrogenase ist inzwischen zu einem großen Teil bekannt, aber noch immer nicht ganz. Wir haben inzwischen verstanden, wie das aktive Zentrum der Nitrogenase aussieht. Wir haben verstanden, wie dort kleine Moleküle gebunden werden, wie zum Beispiel der Stickstoff aus der Luft, und wir sind dabei darauf gestoßen, dass das eigentlich das komplizierteste und größte Metallzentrum ist, das in irgendeinem biologischen System benutzt wird. Was wir noch nicht verstehen, ist letztlich, wie auf einem chemischen Niveau, im Sinne eines Reaktionsmechanismus, die Energie, die in Form biologischer Energie hier reingeht, tatsächlich umgesetzt wird, um diese sehr stabile Bindung des N2-Moleküls aufzubrechen. Die Forschungsarbeiten im Labor der Freiburger Biochemie gehen weiter. Wenn es gelingt, genauso wie einige Bakterien Stickstoff aus der Luft zu fixieren, würde das vor allem die Landwirtschaft revolutionieren. Das Ziel, genetische Elemente zu erzeugen, die für sich allein in der Lage sind, diese Reaktionen zu katalysieren, bringt natürlich mit sich, dass wir damit in die Lage versetzt werden, den Organismen, die vorher nicht in der Lage waren, in 2O abzubauen oder Stickstoff zu fixieren, diese Fähigkeit verleihen können. Diese Organismen können letztlich auch die Pflanzen sein, die für uns Nutzpflanzen sind, die wir essen. Es gibt heute bereits Pflanzen, wie ich erwähnt hatte, die sich vergesellschaften mit diesen Bakterien. Dazu gehören die Hülsenfrüchte, Erbsen und Bohnen. Die muss man auch nicht düngen aus genau diesem Grund, weil die sich ihre eigenen Bakterien halten. Und das ist letztlich genau diese Eigenschaft, die wir versuchen würden, anderen Nutzpflanzen, Getreidesorten, Kartoffeln zu verleihen, die natürlich eine ganz fundamentale Nahrungsgrundlage für die Menschheit darstellen. Und das ist letztlich genau diese Aufmerksamkeit für die Menschheit darstellen. Und das ist letztlich genau diese Aufmerksamkeit für die Menschheit darstellen. Und das ist letztlich genau diese Aufmerksamkeit für die Menschheit darstellen.